Erzengel Michael stärkt das Element Feuer mit den Lichtbahnen Herz und Dünndarm, Kreislauf und dreifacher Wärmer. Erzengel Michael, ich bitte dich, meinen Körper mit deinem Licht zu durchfluten. Schenke mir Liebe, Freude, Heitigkeit, Entspannung und innere Ruhe. Lasse meinen Körper und meine Seele neu erwachen in der geistigen Liebessonne, damit mein Herz sich in Freude und Dankbarkeit erwärmt und das innere Licht wie eine Sonne in meine Umgebung leuchtet. Schenke mir Kraft für meinen Blutkreislauf, damit Wärme meinen ganzen Körper harmonisch durchströmt. Stärke mit dem Verdauungsfeuer meine inneren Organe, die mir für die Aufnahme der Nahrung und ihre Verwertung dienen. Lasse mein Herz ruhig und entspannt Blut aufnehmen und wieder abgeben. Weite meine Brust und mein Herz mit dem Feuer der Liebe, weite mein Becken, lass mich Lebensfreude spüren. Erzsänger Michael, beschütze mich mit deinem Lichtschwert. Stelle dich an meiner Seite, wenn ich dich rufe, in allen Gefahren. Schütze mein Haus, meinen Arbeitsplatz. Stehe uns allen bei, in dieser Zeit der grossen Veränderungen. Erzsänger Michael, ich danke dir. Erzsänger Gabriel, stärkt das Element Wasser mit den lichtbaren Blase und Nieren. Erzengel Gabriel, durchströme mich mit deinem lieblichen Licht. Mache mich weichherzig und sanft. Komme in der Stille meines Herzens mit deiner Klarheit zu mir, damit ich deine wunderbare Dimension des Lichtes als Erneuerung und Durchströmung fühle. Breite deine Lichtflügel über mich aus und lass mich darunter geborgen fühlen. In dieser Stille werde ich wie ein ruhiger See und kann in die Tiefe meines Seins hineinschauen. Du wirkst wunderbar in unendlicher Weisheit durch mein heilendes Fühlen hindurch. Dann übergebe ich alles deiner Macht und du wirkst durch mich nach deinen himmlischen Gesetzen. Meine Seele ist wie das Wasser. Tränen machen mich weich und beweglich. Deine wundervollen Gesetze hüten die Fruchtbarkeit dieser Erde. Der Mond hilft dir als dein dienendes Werkzeug. Du hütest das Wasser des Lebens, das geistige Lichtwasser. Du hütest das Wasser der Erde als reinigendes, Fruchtbarkeit spendendes Element. Und in meinem Körper wirkst du durch die Lichtbahnen, Blase und Nieren und erneuerst die Lebensenergie in meinen Organen. Erzengel Gabriel, ich danke dir. Erzengel Raphael stärkt das Element Metall mit den Lichtbahnen Lunge und Dickdarm. Erzengel Raphael, schenke mir eine gute Durchströmung mit deinem Licht. Öffne meine Lichtbahnen. Löse die Hindernisse auf, die deine Durchflutung stören. Löse meine alten seelischen Schmerzen, die wie dunkle Wolken die Chakras verdüstern. Lasse meine Aura aufleuchten in deinem Lichterglanz und deine Heilengel durch mich hindurchwirken. Durch meinen Atem schenkst du mir Lebensenergie. Mit meinem Atem bin ich in stetem Austausch mit meiner Umgebung. Atem ist Leben, ist Bewegung, ist Erneuerung. Hilf mir, beweglich zu bleiben in allen Lebenslagen. Erzengel Raphael, heile meinen Körper. Schenke mir dein strahlendes Licht in meine Lichtbahnen, die meiner Lunge und meinem Dickdarm Lebensenergie schenken. In meiner Lunge erneuerst du den lebensnotwendigen Sauerstoff in meinem Blut und in allen meinen Zellen. In meinem Dickdarm wird alles, was verbraucht ist, wieder ausgeschieden. Hilf mir, locker und entspannt alles loszulassen, was in meinem Leben nicht mehr gebraucht wird. Erzengel Raphael, schenke mir dein funkelndes Licht in meine Aura, in meine Chakras und in meine Lichtbahnen. Du bist der wunderbare Arzt und Heiler Gottes. Erzengel Raphael, ich danke dir. Ich danke dir. Erzengel Uriel, stärk das Element Erde mit den lichtbaren Magen und Milz. Erzengel Uriel, schenke mir innere Ruhe und Frieden. Leuchte durch mich hindurch mit einem zarten, goldenen Licht. Schenke mir Standfestigkeit in allen meinen Lebenslagen. Ich weiss, dass alles richtig und gut ist und alle meine Lebensumstände mit grosser Weisheit so gestaltet sind, um ein inneres Licht zu entfalten. Gib mir die Kraft der Erkenntnis, die Lebensumstände mit Geduld und Einverstandensein anzunehmen. Lass mich wieder echte Lebensfreude spüren. Schenke mir dein Licht in meine Lichtbahnen, die meinen Magen und meine Milz mit Lebenskraft versorgen. Durch deine Weisheit wandelt sich die Nahrung mithilfe meiner Milz um in Lebensenergie. Meine Haut und mein Blut werden rein und dienen meinem körperlichen Wohlbefinden. Erzengel Uriel, stehe mir bei. Schütze die Mutter Erde, unsere Ernährerin. Ordne neu, was wir in Unordnung gebracht haben. Gib den Menschen das Staunen zurück über die wunderbare Weisheit der geistigen Gesetze, die auf dieser Erde wirken. Erzengel Uriel, ich danke dir. Erzengel Uriel, stärk das Element Holz mit den Lichtbahnen, Leber- und Gallenblase. Erzengel Uriel, ich bitte dich, meinen Körper mit deinem Licht zu durchfluten. Schenke mir Beweglichkeit, Entscheidungsfreude, neue Kreativität und neue Frische. Lasse meinen Lichtkörper neu, aufblühen, wie ein kraftvolles Frühlingserwachen zu dir hin und zum Lichte Gottes. Schenke mir neue Kraft in meine oberen Verdauungswege, in meine Leber- und Gallenblase. Lasse diese Organe wieder mit neuer Energie ihre wunderbare Arbeit im Dienste meines Körpers verrichten. Erzengel Nathanael, stehe uns bei in diesen Zeiten der Transformation. Sei an unserer Seite in all den Krisen und Unruhen, die uns Menschen erschüttern. Stehe mir bei und gib mir deine Hand, damit ich mich an ihr halten kann. Erzengel Nathanael, ich danke dir. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020